So, was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach so mache? War ich hier schon? Komme ich von hierher? Ich weiß es nicht. Nein, hier war ich noch nicht. Oh, lol. Okay, das ist irgendwie... War viel zu simpel. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit dem Wassersteigen zu tun haben soll, aber okay. Ja, gerade ist es nicht mehr stressig, Don Leon, aber bald wieder. Also, ich habe gerade vorlesungsfreie Zeit und dann geht es halt los. Aber es macht mir auch Spaß. Okay, Frage. Ich frage mich. Ich dachte mir so, es könnte ja sein, dass wenn das Wasser steigt, dass diese Steine weggespült werden. Aber das Wasser steigt ja, glaube ich, gar nicht so hoch. Oder? Das wollte ich nicht. Okay. 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 Ja, nee. Ja, bis da rüber. Okay. Aber jetzt? Hä? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Ich muss schießen, ne? Muss ich schießen? Nein. Okay. Schade. Weil es zeigt mir halt... Ja. Ach. Okay. Auf diesen Balken kommen. Ja. Okay. 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 Ich verstehe immer noch nicht, warum diese Plattform darüber geht. Das ergibt für mich immer noch keinen Sinn. Okay. 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 Schießen hilft immer. Nice. Danke, Admiral. Schön, dass du da bist. Hi. Hi. Ich bin halt da hier jetzt genauso weit wie vorher auch. Oder nicht? Also... Oder... Also... Also... Ja, guck mal Hannes. Ich... Ich sehe das ja gerade hier. Das... Das... Und... Da soll ich hoch. Hier ist eine schöne Säule. Aber ich... Also ich verstehe gerade einfach nicht, was das mit dem Wasser zu tun haben soll. Ich bin gerade einfach... Unfassbar lost. Also was bringt mir denn jetzt... Dieses Wasser? Also wofür? Und... Warte, warte kurz. Lass mich einmal kurz... Es gibt was ohne den Hinweis-Modus. Mein... Mein... Da... Mein Markierding oder was? Warte mal. Also... Hier. Das würde mir noch einfangen. Ich kann ja hier was... Was ähm... Okay. Hat was mit Farben zu tun. Also... Hier ist ja auch eine Farbe. Weißt du, wenn ich... Beim Schießen irgendwas... Aber ihr habt ihr gesagt, ich muss nicht schießen. Hannes ist ein geduldiger Lehrer. Das ist wohl wahr. Ähm... Das war doch nur das. Oder? Oh, lol. Ich glaube, welche Farbe hat die Kante vor dir? Braun. So gelb. Oder übersehe ich die ganze Zeit irgendwas? Was? Hilfe! Was willst du von mir, Hannes? Okay, könnt ihr mir irgendwie mehr weiterhelfen, bitte? Hannes, sag was. Ich... Check gerade echt nicht... Was ich machen muss. Weiß. Hä? Ja, wie weiß? Wo siehst du in dem Level weiße Markierungen? Äh... Keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade richtig los. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ich bin gerade richtig los. Oh, schieß mal. Elf Monate. Verrückt. Danke für den Abo. Im elften Monat. Vielen, vielen Dank, schieß mal. Dankeschön. Honigen wurden in tiefergraben Ruinen entdeckt. Alte, die mich die Schriften haben, ist da doch verraten. Anne lebt noch. Nice. Da ist jemand im Game drin. An den Kanten, an denen du dich hochziehen kannst zum Beispiel. Oder an den Wänden, an denen du klettern kannst. Sind die weiß? Also... Ja, okay. Aber... Das Ding ist... Hä? Also, ich habe das ja hier aufgemacht. Das hat ja immer noch... Aber... Ich verstehe nicht... Die weiße Markierung. Ja, das ist weiß. Aber hier bin ich ja. Und das ist weiß. Aber... Was ist noch weiß? Das ist weiß. Da hinten ist weiß. Und da ist weiß. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh. Da ist eine... Eine Platte. Warum ist sie nicht... Also, warum ist sie da nicht markiert? Und sie ist nicht weiß. Oh Leute. Ich... Ich habe keine Ahnung. Die andere Seite. Ja, aber da bin ich doch hin. Aber da... Ist ja nichts passiert. Als ich da hin bin. Ja. Hier ist auch was Weißes. Was? Oh, das ist so... An der Säule. Ja, die Säule habe ich auch schon gesehen. Aber... Ja, warum... Hä? Also, was... Oder... Komme ich da jetzt dann hoch? Soll ich dann da hoch? Äh... Äh... Ah... 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 Ah, Leute. Ne, ich nicht. Das ist spannend, mir dazu zu gucken. Wie wir hier rum schwimmen. Aber süß. Wie ihr alle mitfliebert. Das finde ich sehr putzig von euch. Okay, liebe Säule, möchtest du mit mir interagieren? Nein, möchtest du nicht? Ich weiß es nicht. Loll, da ist was Weißes. Nee, okay. Wir überlegen mal kurz. Die Plattform schwimmt vor die weiße, markierte Säule. Was könnte man tun? Ja, auf die Säule springen. Auf die Säule springen, oder nicht? Reicht das aus, um auf die Säule zu springen? Guck mal, das geht doch gar nicht. Wir reden ja schon von der Säule hier, oder? Falsche Säule. Ja, okay, die Säule. Okay. Wir probieren es nochmal. Es ist schon spät, Chat. Es ist schon spät. Oh, wirklich. Ja, hier. Ey. Alter. Ich mag nicht mehr. Es ist so frustrierend. Ja. Ahu. Das mag sein, mit dem Nachtaktiv. Dinge ändern sich, wenn man studieren muss. Wobei ich tatsächlich trotzdem auch ziemlich nachtaktiv bin. Das mag ich so spät, was knallert, abgebrochen wird. Nein. Ich finde das eigentlich total cool. Ich bin nur gerade richtig blind. Triggered. Triggered. Nein. End again. Weil es so schön war. Die ist doch nicht gemeint. Ey. Wie kann man nur so sein, sie weiß, es geht um die Säule und springt gegen das Tor. Das sind auch Säulen. Es gibt noch, du sagst mir, das ist die falsche Säule, aber es gibt auch noch, das ist auch eine Säule? Aber die ist ja und mehr Säulen gibt es nicht. Okay. Die Weißen-Makierung sehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Aber gut. Wir gucken mal. Ach, jetzt weiß ich, was du... Ja, ich hab's gleich. Ich bin auf dem richtigen Weg. Es kommt langsam, aber sicher. So. Äh, war das die falsche Richtung? Nein, ich bin schon... Äh, ja. Ja. Ich... Ich... Mach schon mal mit. Oh Gott. Ach, das ist überlastend. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe. Okay, da ist der Bank. Ich hab so Angst, richtig runterzufallen. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ja. Ja. Los geht's, bitte. Enttäusch mich nicht. Ach. Wow. Ich bin da hoch, um runterzufallen. Nice. Ich fühl's hier immer noch nicht. Okay. Ach, endlich raus aus dieser Situation. Ja, Samu ist tatsächlich immer tiefenentspannt bei mir. Das muss man schon sagen. Oh nein. Oh nein. Was habe ich überzählt? Äh, die unten ist jetzt. Oh no. Kann die nicht alle fertig machen? Oh no. Oh no. Das Grap des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Das ist aber... Wie alt ist das? Ich vermute, das wissen sie schon. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie, der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Ich mache das Cut mit der Maus, ne? Ach, schnell. Ja, Leute, ne? Erster Kampf, ich bin noch nicht tot. Wollte ich nur gesagt haben. Ah. Ja. Dann renn doch schneller. Nice. Leute, erster Kampf, nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt hätte sterben können, aber ich bin nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob er wird. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ah, ah.